Ja, was ich nochmal dazu sagen wollte, ist, wegen dem letzten Video auch, ich will jetzt nicht sagen, wenn jetzt Leute irgendwie das N-Wort droppen, dass ich das unterstütze, das mache ich nicht. Ähm, es war nur eine reine Reaktion auf das Video, was ich jetzt gemacht hatte, ähm, soll nicht heißen, dass ich das jetzt irgendwie dauernd mega lustig finde oder mega cool, ne, es ist einfach nur aus Erinnerungszwecken vom Déjà-vu her, habe ich darauf auch reagiert, so, soll nicht heißen, dass ich diverse Sachen unterstütze, das möchte ich jetzt hier auch nochmal by the way sagen, nur weil ich etwas lustig finde, heißt es nicht, dass ich das super toll finde, wenn man das N-Wort ständig droppen tut, das sah ich jetzt hier nur kurz allgemein und nicht irgendwie, äh, dass man denkt, dass man das hier ständig, äh, dass ich das hier ständig jetzt mache oder so, ne, das, äh, den Wind will ich jetzt hier auch gleich mal aus den Leuten nämlich gleich ziehen.